Und da unten ist so ein Teil, was Müll zerstört. Ja, das ist sehr gruselig. Und ich kann Sachen runter schmeißen und muss versuchen, dich zu treffen, um da unten dich in die Presse reinzudrücken. Das ist aber ein brutales Spiel. Ähm, ja, ähm, und am besten, gebe ich dir schon mal einen Tipp, du solltest nicht so weit hinten sein, aber auch nicht so weit vorne. Da vorne schmeiß ich die ganzen Sachen rein, also warte, gleich kommt was, und hinten ist halt der Fresser, also möglichst in der Mitte. Ich hab's grad gesehen, ich hab da was runtergeschmissen. Das ist schon mal ein brutales Spiel. Naja, es macht aber Spaß. Ja, ja, das macht für dich, macht Spaß, du wirst dir nicht zählst. Ich werd auch mal unten sein. So. Und wann hab ich gewonnen? Wenn, äh, eine Minute noch, eine Minute noch muss ich übernehmen. Nööööhh. Und das ist so brutal, Litty. Aber ich zeige die Uhr nicht. Man muss schon halt warten. Das ist ja brutal. Jetzt geht's schneller, oder was? Ja, definitiv. stimmt nicht ich kann die sache anlagern jetzt eine zeit dann alles auf einmal schmeißen so käme rücksichtslos voll der zerstücke noch mal bitte ich hoffe mal da kann ich hier zugucken einer wenigstens wenn ich was runter schmeiße kann ich gucken okay trifft es ihn ich bin unten cool und übrigens in der mitte so etwas daneben gibt es so ein klopf ding ihr kannst du auftreten ist dann so gesagt so ein super ding also da ist es so ein booster halt komm mal mehr zu mir wo bist du unten das weiter unten also hier ja in meiner richtung siehst du die kämen die kleine da siehst du aber damit sie da ist ein knopf den kannst drücken dahinter auch andere seite ja ist es der richtige andere seite da wo das glas ist aber wo des glas ist du warst schon richtig an dieser maschine du musst es nur andere seite ich bin doch so doof mit dem drücken stell ich einfach voran da drüber laufen oder was ja kannst du drückt jetzt den knopf das kann ich doch nicht was so nicht wie das geht doch gedrückt ist er warst was du kommst jetzt musst du ganz viele sachen einschmeißen so viele sachen wie es geht ja wie man schnell wie es geht auch dann muss die sachen halt greben und auch das laufband packen ach das laufband ist hier ok ja es gibt da drei laufbänder jetzt schließt sich das schon jetzt öffnet sich hier schon und das ist dann da rein schmach hier muss ich das draufschmeißen ich verstehe so lang können wir nicht mehr spielen kommt was müsste eigentlich einiges kommen da habe ich noch ein board für dich ganz knapp wer sind wie zwei sekunden länger hätte ich bin lieber unten gefühl wir hätte jetzt damit you can get it fix for free at the vehicle repair shop ehrlich ok ok ist nicht mal nochmal ok dann ja wenn du willst dann spielen wir noch mal muss ich drücken ja es ist ein asymmetric party game where one player try to knock the other player into a trash compactor also ich komme nicht raus ach so jetzt ja ja ich gehe mit nicht ziehen ich habe probleme mit dem ich hätte nicht hoch bitte nicht loslassen bitte loslassen aber schön der idee die ready up ready up mein gott was könnte man aus dem spiel machen completing all the objects from a job is in the required time will unlock the job ok ich bin wieder und könnte wusste wieder und das ist schön gut gemacht you are trash du bist müll das ist gemein so fünf jetzt habe ich auch nicht mehr zeit ich glaube das spiel ist so gemeint das hast du halt mögest der hängen geblieben ist aber du hast ja keine chance eigentlich was weil wenn du einmal getroffen bist hast du verloren das ist komisch gemacht ist sehr brutal und willst du auch was anderes spielen das ist zu schwierig für nils wir brauchen kindergartenniveau so was haben wir denn hier noch es gibt noch ein sandbox da kannst du halt so gesagt machen was du willst sandbox da gibt es aber auch ganz kurz kommen ja ja ich gehe schon mit doch mal hier vor elf zum beispiel kann es sein dass es es gab doch mal in wobbly so nicht so ein haus mit mit zu spiele und da gab es das schon mal ich kann mich wo bist du auch hier ja durch mich hier vor elf ich drücke mal ein f ich drücke mal ja 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 da war war es jetzt knapp knöpfe drücken das ist die du musst da knöpfe drücken jeder der steht die ganz oben ist egal was da ganz oben steht das ist egal muss halt den knopf drücken und das ist halt glaube ich nur mit pfeiltasten also mit bsd du musst dann die knöpfe drücken ja das ist aber nichts weil man falsch und noch eher erst gleich wenn man falsch und knopf drückt verliest okay das ist auch so ein kleines spiel f warte mal ich muss nur gucken a a w wo ist ein w ich bin so doof nein ich schaff das schon